Herzlich Willkommen zu Stream Clips Germany. Den Format mit den Formaten. Äh. Äh. Ja doch, jetzt geht's. Oha. Du hast es geschafft. Ich bin voll getreten. Jura hat uns alle weitergemacht. Da ist unten ist nix. Das ist nur oben. Aber wie soll ich das zeigen? Muss ich so? Oh. 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 Äh. Oh. Ähm. Oh. Ja, okay. Das heißt, hier müssen wir Handtücher einräumen. Oh Gott. Meine Fresse. Ich hab gepupst. Auf lauter Strecke hab ich gepupst. Ja. Regen wir den Eimer runter, ohne dass wir ihn ausschütten. Da könnten wir jetzt Wetten drauf annehmen. Ah, easy. Aua. Ach so, das ist der normale Droger. Ja. Okay. Ja, ja, das ist der normale. Ja, ja. Kennt ihr, also früher in Religion haben wir auch immer dieses Lied gesungen so. I love Jesus. Deep down, deep down in my heart. I love Jesus. Und ich dachte früher immer, weil ich noch nicht wirklich Englisch konnte, dass wir singen. Ich liebe Käse. Eingedippt in mein Herz. Ich war der festen Überzeugung. Dass wir im Religionsunterricht über Käse gesungen haben. Bro, ich muss kurz gucken, da ist irgend so ein Insekt reingeflogen. Oh, ist das ekelhaft. Warte mal ganz kurz. Na los. Frag sie nach einem Date. Sag ihr, was du empfindest. Ich meine, das Schlimmste, was sie sagen kann, ist Nein. Iiii. Äh, was bist du denn? Iiii. Was ist das? Iiii. Hat man das in der Cam gesehen? Der hat ein Herz drauf, weil er mit Liebe gemacht ist und Liebe möchte man mit anderen Leuten teilen. Ah, die kam ich auch. Willst du dein Auge rein? Als ob, das wollte ich nicht. Ich wollte dir eigentlich mein Liebe geben. Manchmal geht Liebe ins Auge. Warte, ich brauche die andere Farbe. Ich brauche die andere Farbe. Sie brauchen, er schießt sie, er schießt sie einfach. Er schießt sie einfach. Oh mein Gott. Was machst du? Was machst du? Du kannst nicht mal aiden. Guck mal, du schießt so scheiße. Oh mein Gott. Für dich hat es gereicht. Das sind Sterne und der Himmel, Chad. Ich habe eine Erklärung dafür, warum ich das jetzt schreibe. Es sind Sterne und der Himmel und der Himmel ist ja theoretisch wie so ein Feld. Also ist es Starfield. Heute, wir haben heute einen tatsächlich sehr themenbasierten Stream, weil ich Videos von euch genommen habe. Und das große Thema nach SCG ist heute Essen. Deswegen haben wir viele Food-Sachen an Videos. Zum Beispiel als erstes 8000 Gäste XXL-Buffet. Okay, dann haben wir alles Essen auf dem Mittelalter-Festival. Und dann nimmst du eine kurze Kurve an, aber es geht trotzdem weiter ums Essen. Ich treffe einen echten Kannibalen in Indien. Was? Warum steht da Was? Chad. Heißt der Was? Oh. Ich muss mir erst sehen. Warum steht da Was? Gronkh, meine Frau ist schwanger. Ich freue mich so sehr. Gern geschehen. Nein, war ein Witz. War ein Witz. Glückwunsch, wollte ich sagen. Glückwunsch. Sehr gut. Mh. Mh. Und du gehst sofort wieder runter. Ich habe die Schnauze voll. Sofort. Liss, Liss, Liss. Nein, Liss. Ich mache kein... Nein. Nein. Nein, nicht in die Farbe. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bist du denn des Teufels? Nein. Komm. Abmarsch. Aus, aus, aus. Nein. Nein, Liss. Oh Gott. Wenn mir das Zeug jetzt um die Ohren fliegt, ich habe echt Angst davor, dann werdet ihr es also mitbekommen. Ich wollte hier was Süßes sehen. Der ist voll weggepennt. Guckt es euch an. Mirko, Dankeschön für 10 Monate. Ich danke dir. Hast du Mh. Ich habe noch nie gemacht. Von 10 Monaten jedes Mal wieder ein Genuss. Aber das Quitschen vom Mikrofonhalter triggert mich nach wie vor. Donis Kaxi. Welches Quietschen? Ich höre kein Quietschen. Ich weiß nicht, was du meinst. Die Leute sind sackig auf mich dann. Die kommen rein und sind so. Wo sind denn eure Playstations? Ja, die sind ausverkauft. Oh. Naoki, sag mal. Schal. Sag mal. Bist du dumm? Du bist da gar nicht weit weg. Ich bin extrem gefreut. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Hat mich auch gefreut. Ja. Du hast die Paterponia gemacht. Ja, hier. Hallo. Geil. Dr. Dr. Freutzen kann auch... Und das Leckerste ist ja sowieso der Schwanz. Also der schmeckt so süß. Der ist so gut. Ich mag das immer so, das Ende zu essen. Weil der Arsch ist ein bisschen bitter, aber der Schwanz ist mega lecker. Ich mag halt die Schale nicht so, weil die schmeckt ein bisschen bitterer, finde ich. Oder zumindest nicht so süß wie die Karotte selber. Deshalb schäle ich die Karotte. Und das Leckerste ist ja sowieso der Schwanz. Ich mach heute mal grünen hinten. Guck mal, wie das aussieht. Mitte 40. Ja, ich bin 47. Ihr wisst es nicht. Dankeschön für den Follow. Na, was geht? Hugo macht Compilations von Twitch auf YouTube. Ey, ich hab auch gestern. Dann Marty-Onlyfans. Ihr fragt das sehr oft. Den gibt's doch längst schon. Warte. Marty-Onlyfans gibt's schon. Heißt Sexy Bies. Und der Content, den ihr da erwarten könnt, ist in etwa so der hier. Also wie immer sexualisieren wir Rüdiger gegen seinen Willen. Ne? Das also, ne? Also gibt's schon. Ich glaub, ich hol mir jetzt noch meine andere Jacke noch dazu. Weil, das glaub... Alter, du scheiß Arschloch! Wem du warst, oder? Geh scheißen, Alter, ey! Oh mein Gott, Alter, ey! Oh mein Gott, Alter, geh! Ah! Von da ist man ja gekommen, ne? Ja. Okay, lass uns da lang. Bist du nicht raus? Ja. Ich hab ja raus. Na klar. Okay, wir können auf unserer Liste heute, auf unserem Bingo können wir heute abhaken. Milchbaumwitz. Ne? Sonja wurde gerade Milchbaum genannt. Ähm, Jen-Yan-Mai. Also Jen... Verdammt. Und dann eruieren wir erstmal die Lage. Ein Wurf ist ein Versuch. Du musst doch nicht mehrmals werfen, wir können erstmal gucken. Warte, ein Wurf ist ein Versuch. Ja. Okay. Ja. Oh. Chris, 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 Chris. Oh! Das klebt. Der klebt. Ja, das will ich. Ey, das ist der Griff, Leute. Das sagen die alle. Komm, Endspurt jetzt. Endspurt. Komm, Endspurt. Ja, super. Jetzt bist du natürlich als jemand, der das komplett als Geschicklichkeitsspiel gewertet hat, der Experte darin. Wenn es um die Frage geht, sollten wir weiterspielen? Ja. Eine Runde ein Euro, das heißt, wir verschleudern hier gerade ungefähr 90 Euro pro Stunde gefühlt. Ja, also, aber es ist doch eine gute Investition. Weiter geht's. Nein! 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 Was? Was? Dieser Automat funktioniert? Ja, wir haben schon, wir haben ja schon... Was ist denn das für eine komische Stelle, Penis zu rufen gerade? Wer ruft, ihr Penis oder denn? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe... Bin ich schon. Ja, ja, sorry. Mach nochmal! Gar nichts! Da passiert gar nichts! Du hast jetzt einfach einen sehr hässlichen Eiterfleck auf deinem, auf deinem Handtuch. Ne, da passiert gar nichts. Mach mal Wasser rauf. Da fehlt Wasser. Vielleicht muss Wasser rauf. Oh, warte, deine Kamera... Oh, ja, wow, wow, es funktioniert! Oh! Nicht ganz so krass wie bei ihr, aber geil, es funktioniert! Ey, okay, I'm in! Okay. Alter, das funktioniert wirklich! Ja. Und dann puste ich einfach? Dann pustest du erstmal vorsichtig durch und dann immer mehr vielleicht. Oh mein Gott, es geht! Es funktioniert einfach wie easy! Chat, ich hab's genau gesehen, dass was... Moment, Chat, ich hab Probleme, mein Gummi hat sich gelöst. Wartet, Chat, Moment! Guck mal, das hat sich gelöst, mein Grip, mein Gummi. Wollen wir ihn freimachen? Ja, wir machen ihn frei, komm. Wir sind ja nicht so. So sind wir nicht, komm. Lauf! Ich komme mit dieser Steuerung nicht klar. Kann ich speichern? Nein! Ein paar große Windelkartons. Oh, das war nicht so gut. Oh, das ist ja nice aus. Killt mich aber nicht. Oh, scheiße, jetzt kommt er hier. Bye! Ja, ja, ihr bekommt was. Vor allem da steht streicheln, ne? Aber wir streicheln die gar nicht, wir füttern die. Und das sollte man nicht tun, weil das sind die Waschbären von Toshara. Waschbären sollte man nicht füttern, weil ansonsten, gerade gesehen, kommen immer mehr. Na, gesehen? Kommen immer mehr. Es kommen immer mehr. Jetzt steht jemand hinter dir. Nein. Bullshit. Bullshit. Ai, 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 ai. Also hör mal, das Spiel ist doch vollständig installiert. Willst du mich verarschen? Das stimmt doch nicht mal. Kurz, Moment. Ich bin auf dich. Ich bin auf dich. Easy. Unfassbar plötzlich und war... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Junge. Boah, Schell. Er ist umgefallen. Du sollst nicht die Leichen kaputt hauen. Du sollst die Tür auf... machen. Ich würde gerne einmal hier zum Special Prize das A-Send. Äh, warte, da sind keine Fritten dabei. Ähm, ja, dann nehme ich Fritten extra. Ähm, ansonsten sehe ich mich dazu gezwungen, Disziplinarmaßnahmen, ähm, in die Wege zu leiten. Also, äh... Du kannst gegen mich keine Disziplin... Ist das dein Laden seit wann, oder wat? Ich wollte dich nur vorher gewarnt haben. Vor wem von dir? Wird dieser Laden hier sauber geführt und, äh, nicht länger mit reiner Willkür und, äh, mit Gewalt. Was willst du mal, willst du mich mit deinem Flanellhemd jetzt gleich verprügeln? Ich glaube, es hakt. Doni, ich, äh, hatte gehofft, dass ich, äh, dass es nicht dazu kommt, aber du lässt mir keine andere Wahl. Ich, ähm, könnte jetzt die Polizei rufen, aber ich denke, damit komme ich von ganz alleine klar. Die ist ja huge, die Trägenflasche. Ich hab auch so einer. Aber, also, ich hab auch so ne... Die sieht sogar actually sehr ähnlich aus, aber ich... Bis zum heutigen Tag hab ich mich gefragt, für welche Zielgruppe war eigentlich dieses Zwischensegment in Pokémon? Who's that Pokémon? Weil es so offensichtlich war. Weil sie an Formen so einfach zu erkennen waren. Ich weiß nun, wer da dran gesessen haben könnte und geschrien haben könnte, Pikachu! Wenn das so ein Kreis war und es offensichtlich ein Smogon war. Who's that Pokémon? Warte mal, Juna denkt, ist das nicht ein, äh, äh, wie heißt das denn nochmal, ähm, Föhn, wo so Wind rausföhnt. Und ich finde aber das Game hier gerade ein bisschen langweilig. Kann man das irgendwie ein bisschen actionreicher gestalten? Ich schwör, ich hab da nicht drüber nach... Och Gott. Ey, jetzt mal ganz kurz, ne? Also, jetzt ganz kurz. Ich, also, jetzt, ich hab wirklich, ich hab wirklich ne, ich hab ne wichtige Frage. Wie erklärt ihr das, wenn jemand in euer Zimmer kommt und ihr habt das auf dem Stream laufen? Hm, naja, hm. Wenn ich morgen tot aufwache, weiß ich ja Bescheid. Und kein Scheiß, ich hab die Tage wieder angefangen, meine, meine Hebübungen, ähm, für meine Schultermuskeln zu machen. Und ich musste umsteigen auf zwei Dosen abgelaufene Kokosmilch, die 400 Milliliter schwer ist, weil ich die Hanteln ohne Gewichte, damit das klar ist, meine Hanteln, ja, sind momentan nur Hantelstangen. Die Gewichte für die Hanteln sind nicht mal dran. Nur diese Stangen sind jetzt wieder zu schwer für mich. In zwei Jungs, mein Peter. So, helle war das, Dombe? Alter, Alter, ich bin Mitarbeiter des Monats, nicht du. Wenn ich mal am Durchdurfte, danke. Was guckt denn der aus dem Kopf? Ein Buch. Ist das Facebook? Entschuldigung. Oh. Wo ist die Katze? Die hier? Die hier? Oh, es hängt. Ich hoffe, mein Hosenstall ist zu. Oh, viele Kabel hier. Nein, endlich zu. Nein, ich neuer Versuch. Nein, nein, ich will das nicht noch. Nein, ich will das noch nicht. Nein. Mann. Ich will, ich will weitermachen. Ich will sich noch mal verletzen. Na, schau dir meine Waffen genau an, sonst bist du grützer. Haha. Wer ist damit? Ich habe dir etwas erzählt, was du nicht wusstest. Ist das nicht okay? Du weißt sehr viel. Ist ja auch ein Weißer-Ist-Zahn-Chat. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh, der hat mich fast an meinem Arsch berührt. Ich habe einen Kopf. Warte, warum habe ich jetzt, ich habe noch, was ist das? Also die anderen Teile sind einfach Extra-Teile, aber was ist das? Ich habe einen Teil und ich weiß nicht, wo es hingehört. Die anderen sind einfach Extra-Teile. Das, das ist ein Teil drin. Habe ich die ganze Zeit jetzt mein Messer genutzt, obwohl ich einen Teiltrenner hatte? Das verabschiedet sich auch schon. Und wie gesagt, schaut gerne bei Stream Clips Germany überall, wo ihr ihn finden könnt. Mal vorbei, ist ein cooler Dude. Ich kenne ihn persönlich. Nice. Der hängt da hinten auch an meiner Wand. In Fotoform. In Fotoform. Ich habe ein Foto mit ihm. An der Wand. Nein, nein. Moment. Ich habe ein Foto mit ihm. 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 Ich habe ein Foto mit ihm.